Hallo und herzlich willkommen zu Spirituell und Erfolgreich, der Podcast für Deinen Herzensweg. Mein Name ist Robby Altwein und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode möchte ich mit Dir über die Sterne vom 18.1. bis 24.1.2021 sprechen. Die neue Woche wird sehr vieles hervorbringen, denn wir haben echt richtig spannende Konstellationen. In der Nacht zum Mittwoch wechselt die Sonne das Zeichen. Die ersten beiden Tage wandert sie noch im Zeichen des Steinbocks, dann wechselt sie in das Zeichen des Wassermanns über und sie bildet dann auch schon ziemlich bald eine Konjunktion erst mit Saturn und dann später auch mit Jupiter. Also wir haben hier wirklich eine ganz spannende Woche, denn es sind ganz starke Energien vorhanden. Zu einem wird das Jupiter-Uranus auf seinen Höhepunkt kommen und durch die Sonne wird das Ganze noch verstärkt. Zu anderem baut sich in dieser Woche das Saturn-Uranus-Quadrat auf. Erst Jupiter-Uranus im Quadrat und dann Saturn-Uranus im Quadrat. Und wie ich schon sagte, durch das die Sonne jetzt auf Jupiter und Saturn zuläuft, verstärkt sie diese Energien. Sie bringt es quasi ans Licht. Und worum geht es im Grunde? Sonne im Wassermann bildet ein Quadrat zu Uranus bzw. Jupiter, Saturn und die Sonne bilden ein Quadrat zu Uranus. Es geht um die Freiheit. Jetzt geht es darum, dass du frei wirst, dass du dich befreist. Von Einschränkungen, dass du diese Freiheit in dir findest, dass du diese Kraft und diese Stärke in dir findest, dass du dich immer freier fühlst und auch frei machst von Einschränkungen. Erkenne deine Macht. Du kannst alles ändern. Uranus ist der Planet der Befreiung, ist der Planet der großen Veränderung. Und du kannst jetzt alles ändern. Conny und ich sprechen seit Jahren davon, wie wichtig es ist, sich online auszurichten. Die virtuelle Welt zu nutzen, neben der physischen Welt. Denn die virtuelle Welt, sie hat einen Vorteil. Sie überwindet diese natürlichen Beschränkungen der 3D-Welt. Die 3D-Grenze von Zeit und Raum wird aufgelöst. Ich spreche jetzt diese Botschaft im Hier und Jetzt für dich. Und du hörst es irgendwann mal, auch im Hier und Jetzt, wann und wo du bist. Das ist eben die 5D-Technologie. Sie befreit uns aus der 3D-Begrenzung. Das war vor 20 Jahren unmöglich. Wenn du mich hören wolltest, was ich jetzt zu sagen habe, dann musstest du oder hättest du nach Bochum kommen müssen. Jetzt hier. Am 16.01. spreche ich diese Botschaft. Am 16.01. hättest du nach Bochum kommen müssen. Dann würdest du diese Worte vernehmen. Aber durch diese großen technologischen Veränderungen eröffnen sich wahrlich neue Welten. Und das ist so wichtig, dass du dich jetzt für diese neuen Möglichkeiten öffnest. Denn sie überwinden die natürliche Beschränkung. Sie überwinden 3D-Matrix. Viele sagen, was ich auch immer wieder höre, das Internet ist auch nicht so gut. Ich will in der Natur sein. Ich möchte back to nature. Ich sage mal so, die Natur ist super. Und die ist wichtig. Aber noch wichtiger ist es, dass du den Segen der neuen Möglichkeiten erkennst. Die Vorteile sehen. Manche sehen immer nur die Nachteile. Aber erkenne doch mal die Vorteile. Erkenne den Segen. Und die, die die Vorteile nicht sehen wollten, gesagt haben, wozu? Mir ist das lieber so, wie ich es bisher immer gemacht habe. Die haben jetzt große Probleme. Weil das Leben eingeschränkt ist. Interessanterweise, seit einigen Tagen haben wir ja den Saturn in Wassermann. Seit Mitte Dezember. Und Saturn im Wassermann. Saturn ist eine Art TÜV. Er zeigt, oder er fordert besser gesagt auf, dass wir dieser Thematik uns tiefer, bewusster zuwenden. Also das riesige Thema der nächsten drei Jahre ist das Thema Freiheit. Dass wir frei werden. Und wenn Saturn in Wassermann wechselt, kommt es oft zu einer Erstverschlimmerung, sage ich mal. Also sprich, die Freiheit wird scheinbar weniger. Aber genau diese Einschränkung, die wir jetzt erleben, sorgt dafür, dass die Motivation bei vielen steigt, sich zu befreien. Und wenn man sich für diesen Prozess wirklich öffnet, dann wird etwas in Folge passieren, nämlich, dass wir eine bessere Form der Freiheit manifestieren. Besser, als sie vor der Einschränkung war. Also diese Erstverschlimmerung, also das, was wir gerade erleben, dass wir vielleicht in unserer Freiheit beschnitten werden, die führt dazu, dass wir uns mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen. Und dadurch bessere Lösungen kreieren, als wie vor der Einschränkung. Also in den nächsten Jahren werden wir Lösungen für uns finden, die das Ganze so weit verbessern, dass wir sagen, wow, klasse, das ist ja noch besser, als es wie vor drei, vier Jahren war. Also 2016, 17, 18, 19, etc. pp. Saturn zeigt die Mängel auf. Er spitzt eine Sache zu, damit der Mensch bezüglich dieser Sache aufwacht. Damit er das anschaut. Damit er sagen kann, nee, ich muss mich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, weil so geht es jetzt wirklich nicht weiter. Saturn sorgt quasi für eine Verschärfung, für eine Zuspitzung. Damit der Mensch quasi sich öffnet und sich bewusst wird mit den Mängeln, die bezüglich dieser Sache verbunden sind. Wahre Freiheit geht nur über Verantwortung. Wassermann, das Zeichen, die Energie, die für Freiheit steht, folgt im Tierkreis auf Steinbock, das für Verantwortung steht. Also sprich, die Verantwortung geht dem Wassermann voraus. Wenn wir in die Verantwortung hineingehen, dann öffnen wir die Tore zur wahren Freiheit. Und mit Verantwortung meine ich nicht, Pflichten für andere zu übernehmen, so wie es oft in 3D verstanden wird. Ich übernehme mehr Verantwortung, ich übernehme mehr Pflichten. Darum geht es nicht. Ich rede von einer anderen Form von Verantwortung. Ich verstehe Verantwortung, ich erkenne die Macht in mir, dass ich alles erschaffe und ich lege das Muster des Opfers ab. Oft geben wir die Macht ab und sagen, ich kann nicht, weil im Außen gerade jemand mich einschränkt oder weil es im Außen etwas gibt, was mich nicht tun lässt. Die Macht liegt nicht bei mir, sondern im Außen. Wenn es wirklich sowas gibt als Erfahrung, dass man vom Außen beschnitten wird, dann ist es nur ein Spiegel. Weil man jahrelang die Macht abgegeben hat, weil man jahrelang nicht in die Kraft gegangen ist, bekommt man das gespiegelt. Und wenn du das erkennst, öffnest du das Tor zur Freiheit. Weil wenn du beginnst, dich immer wieder positiv auszurichten und die Macht deiner Worte und Gedanken erkennst und diese Weise nutzt und diese immer mehr ausrichtest, begibst du dich auf dem Weg zur Freiheit. Denn du trittst aus der Begrenzung der 3D-Matrix aus. Du wirst zum bewussten Schöpfer. Und das ist etwas, was wir in dieser Woche immer mehr erkennen können. Denn die Sonne wandert in den Saturn, wandert in den Jupiter, wandert in das Quadrat zu Uranus. Die Sonne bringt es ans Licht. Jetzt kann ein Licht aufgehen, dass du erkennst, was war, was ist und was du für Möglichkeiten und Chancen hast. Denn mit Jupiter-Uranus ist das Tor zur positiven Bewusstseinserweiterung, dass plötzlich ein Licht aufgeht, immens. Vor allen Dingen, wenn die Sonne noch hinzukommt. Und mit Sonne-Saturn-Impulsen ist auch immer diese Kraft da, eine Stärke zu entwickeln. Es ist immer diese Kraft da, dass du jetzt in diese Meisterschaft hineingehst. In dieser Woche kann uns allen ein Licht aufgehen, wo wir uns selbst, unsere eigene Freiheit begrenzt haben. Und was es jetzt für Möglichkeiten gibt, unsere Beschränkungen aufzulösen. Was es jetzt für Möglichkeiten gibt, dass wir wirklich in die Befreiung hineingehen können. Je mehr du deine Macht in dir erkennst, wirst du immer mehr Freiheit, Freude, Frieden, Liebe, Fülle manifestieren können. Erkenne deine Macht und nutze deine Machtweise. Und du wirst große Veränderungen für dich jetzt realisieren und in Folge auch für viele andere Menschen. Wir leben in einer ganz spannenden Zeit. Und je mehr du die Chance erkennen kannst und diese ergreifst, wird sich für dich in kurzer Zeit sehr viel, sehr schnell ändern können. Deswegen öffne dich für den Segen, öffne dich für diese Chancen. Nutze die Möglichkeiten. Versuche nicht, die Uhr zurückzudrehen, in der Zeit zurückzugehen, sondern geh mit der Zeitqualität mit. In der neuen Zeit wird die virtuelle Welt und die Natur nebeneinander existieren. Und wir werden die Vorteile beider Welten für unser Leben nutzen. Und wir werden erkennen, dass wir ein Leben in Fülle, Freude, Reichtum, Wohlstand, Liebe, Freude, Frieden und Harmonie führen. Und wir werden die Zukunft hören können. Das ist jetzt möglich. Die Chance dafür war noch nie so groß wie jetzt und in den kommenden Monaten und Jahren. Das ist wirklich so spannend. Jetzt findet eine Lichtrevolution statt. Bist du bereit dafür? Erkenne deine Chancen. Nutze die Möglichkeiten. Und wenn du noch tiefer eintauchen willst, derzeit poste ich täglich solche Botschaften, die dich an dein wahres Sein erinnern, auf meinem Telegram-Channel. Nutze die Möglichkeiten, solange sie uns noch zur Verfügung stellen. Mal schauen, wie schnell sich die Dinge ändern. Wenn wir da die Welt draußen anschauen, ist ja so rasant die Veränderung, was in kurzer Zeit da jetzt möglich ist. Deswegen mein Tipp, geh auf Telegram. Dort in meinem Channel findest du jeden Tag solche Botschaften. Die werden dich inspirieren. Sie werden dich motivieren. Ich möchte dich einfach noch intensiver begleiten. Deswegen biete ich diese Möglichkeit jetzt an, auf Telegram, kostenfreie, tägliche Sprachnachrichten, Cosmic Energy. Ich bin auch auf Instagram aktiv. Dort wird es auch täglich Input von mir geben. Solltest du unbedingt auch auf Instagram mir folgen. Und wenn du meine Meditation zur Verbindung mit deinem wahren Selbst noch nicht kennst, hol sie dir jetzt auf robbyaltwein.com. Trag dich meinen Newsletter ein, dann bekommst du sie zugesendet. Arbeit mit dieser Meditation mal einige Zeit und du wirst tiefgreifende Veränderungen in deinem Leben immer mehr wahrnehmen können und manifestieren können. Ich danke dir für dein Vertrauen. Wenn dir dieser Podcast, dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar. Gib mir einen Daumen hoch. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und eins noch wie immer, folge deinem Herzen. Alles Liebe, bis bald. Ciao.